Oh Leute, willkommen zurück zu Bully. Wir sind inzwischen ja schon in Kapitel 3. Voll geil. Und oh, wir haben verliebte Köchchen offen, Streber-Herausforderungen, Schneebälle und Biologie. Biologie, da mache ich jetzt gleich mal als erstes, nicht wahr? Ja. Oh Leute, es gibt viel zu tun. Ich möchte auch sehr gerne die Streber-Herausforderungen machen, weil die war nicht ganz so schwer wie die Prep-Herausforderungen. Und wir kriegen dadurch eine neue Speichermöglichkeit. Oh, sehr geil. Das ist alles von der Schnee. Kann ich einfach so ein Schneeball machen irgendwie? Nö. So, Schwänzen. Dann lassen wir uns mal nicht erwischen. Das müsste ich noch schaffen. Was? Hihihihi. Twinkle. So ein Twinkle. Na, egal. Oh Leute, man. Die sehen so richtig schön schick aus, ey. Wie haben die übernachtet hier alles geschmückt? Naja. Egal. Soll mir egal sein. Ich will jetzt Bio machen und ein nächstes Tier aufschlitzen. Ja, also seid gewarnt. Die Tiere werden immer größer. Ich weiß gar nicht, was man jetzt als nächstes aufgeschlitzt hat. War es schon irgendwie... Wow! Alter, wollte mich voll greben. War es schon... War es tatsächlich schon irgendwie die Taube oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Einfach überraschen lassen. Biologie oder Biologie. Three. Hm, 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 hm. Zack. Erstmal festtackern wieder den kleinen Arm. Kiemenatmer. So, Skapell nehmen. Ach nee, ach, mit der Lupe. Erstmal das Auge identifizieren. Hm? Oh, voll das Auge rausschneiden. Okay. Jaaaaf. Jaaaaf. Alter. Richtig brutal. Mann, okay, komm, ist ein Fisch. Der ist tot. Der... Der merkt nichts mehr. So. Auge rausnehmen. Komm. Hier, bitte. So. Dann jetzt den Fisch komplett aufschneiden. Naja, okay, ein Fisch ist nicht ganz so schlimm, oder? Oh, aber die Geräten sind immer so nervig. Warum hat so einen Fisch so viele Geräten? Wenn ich gerade daran denke, Fisch zu essen. Äh. So. Okay, warte. Achso, die Haut kann ich abnehmen. Na klar, die ganze Haut. So, dann die Kiemen identifizieren und auch rausschnümmeln. Dum, 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 di, dum. Ah, Video ist echt schön, einfach, ey, schön, einfach, hier einfach lang, schön langsam. Nicht so schnell, ne? So. Ah, ja. Und raus mit den Kiemen, brauchst du sowieso nicht mehr. So, was jetzt, die Leber. Das sieht aus wie eine Leber und ist auch voll eklig. Ja, wir spielen über die Hälfte an Prozent, schon 66 Prozent. Eigentlich müssen wir schon Bestand haben. Was ist denn für eine komische Schule hier? Hier besteht man wohl nicht mit einer Vier. Hm. So. Okay, und raus damit. Und jetzt, den Magen. Ist das hier der Magen? Ach, das hier ist der Magen, okay. Liegt ganz schön weit oben bei so einem Fisch. Naja, bei dem liegen die Organe generell alle ein bisschen unterschiedlich als bei uns. So, 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 so. Schön nach oben cutten. Und zack. Und raus damit. Na, komm. Yeah, das war geile Arbeit, Mann. Du hast es wirklich, du bist, äh, das ist wirklich ein Prachtexemplar. Warte von dem Magen. Ii. Ii. So, was kriegen wir jetzt nochmal? Ach, wieder irgendeine scheiß, so eine scheiß Klamotten oder sowas? Hoffentlich nicht. Fischhub freigeschaltet. Wow. Ein Fischhub. So, was mach ich denn jetzt? Ähm, Schneebälle? Wo ist denn Schneebälle? Die mischen. Weil verliebte Köchin könnte sein Quest bedingt? Hm. Hm. Naja, mal gucken. Erstmal Schneebälle. Wirkt ja nach einer schönen Schneeballschlacht, die wir jetzt schon machen können. Bloß, wo ist denn das? Das ist bei uns im Dings, war? Bei uns hier im... Oh, guck mal Leute, wer mal ein riesengroßes neue Gebiet freigeschaltet. Na okay, ach ne, das hier noch nicht, aber das hier ist neu. Das ist ein großes neues Gebiet, da kann man auch noch neu einkaufen gehen, neue Bushaltestellen und ein neuer Friseur. Geil. Er wird gleich mal vorbeigeschaut. Aber erstmal, ähm, Streberherausforderung oder verliebte Köchin? Ach, ich mach erstmal Streber. So. Apropos Streber. Lässt du den mal in Ruhe, Mann? Los, Elga, nun. Mach ihn fertig. Los, mach ihn fertig. Du musst dich zur Wehr setzen. Er muss lernen, dass er das mit dir nicht machen kann. Oh. Das war unfair, mein Freund. Das war unfair. So. Alles klar. Okay, lassen wir die mit sich selber rumhantieren. Ah, alle schöne Winterklamotten an. Gut, dass ich auch meine Winterklamotten anhab. Hm, hm, hm. So hält's mich schön warm. Ich find die Mütze war noch so lustig. So, und auch zu den, zu den Strebern. Das ist keine schwere Herausforderung, wie schon erwähnt. Das ist ein Videospiel. Ist ja klar, ne? Was sollen die Nerds für Herausforderungen haben? Da gilt es, einen Rekord zu knacken. Yeah. Hey, ein Roller. Der hat einen Roller. Den will ich haben. Kann ich den Roller klauen? Ja, warte, ich will den Roller mal suchen zu klauen. Hauen sie mal ab. Ist ja geil. Tschüss, Mann. Alter, voll schnell. Du trägst keinen Helm. Wenn die Polizei dich erwischt, gibt's eher... Ich hab das Motorrad nur zwar gerade geklaut, aber ist ja egal. So, muss ich bloß irgendwie noch ne... Ne, ne Wendemöglichkeit finden. Besorg dir einen Helm, wenn du Moped fährst. Ey, ist das cool. Boah, es werden dir beästert. Aufmerksam auf mich, ey. Wie scheiße. So, hupen. Du, 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 du. Boah, ich wollte den Polizisten eigentlich schlagen. So, die Musiker, wo ist er, ich drücke halt, ne? Oh, oh, wo fahr ich denn hier lang? Wo fahr ich denn hier lang? Okay, gut. Ich hab eine Möglichkeit gefunden zu wenden. Vorsicht! Oh! Oh, shit. Verzeihung! Wo bin ich? Wo bin ich? Ich hab nicht voll verfahren. Äh, äh. Ich muss aber den Gesetzen... Den gesetzten... Den langen Arm des Gesetzes entkommen. Boah, der voll rutschig. Okay, okay. Äh. Bin ich irgendwie wieder richtig? Moment. Ich baue hier nur Scheiße. Ah, okay. Ah, so komme ich auch noch hin. Sehr schön. Da seht ihr, da haben wir natürlich den Umweg gemacht. Unser Moped hier eingeweiht. Aber ich glaube, das, was wir bei dem... Bei dem Rummel da kriegen, das ist... Oh! Alter! Jetzt können wir Stusau! So, mit seinem eigenen Motorrad. So ein Motorrad müssen wir mal klauen. Alter, aber das geht nicht, weil wir nicht wissen, wie man damit fährt. So, schnell, wo ist die Herausforderung hier? Wo ist er denn? Hier ist er! Haha! Dragon Wings Comics. Okay. Dragon Wings. Der Drachenflügel Comic Laden. Ah, ich glaube, hier werde ich auch meine neue Bleibe einrichten. Weil das ist ganz cool. So, hey, für Ihren Unterricht. Oh, warte. Hier kann ich mir was kaufen. Yo. Was haben wir denn für Unterricht? Warte mal, äh. Schneebellen immer noch? Musik 3. Oh, Musik will ich auch machen. Aber erst mal. Streberherausforderungen. Musik 3. Richtig schön. Lalalala. Wieder total einfach und billig. Aber ist egal. Was ist passiert, Sir? Die Comics sind cool. Würde ich gerne welche mitnehmen und lesen. Ich dachte, dass der Verkäufer auch so aussieht. Ich kann die Diplomatie machen, um die Elfprinzessin zu tun. Natürlich kann ich das. Was ist passiert, Sir? Du kannst nicht unsere Partei einsteigen. Gib ihm die Chance. Lass ihn einsteigen, wenn er Fettys zum Sumo-Highscore schlagt kann. Warum nicht? Ich kann ihn in diesem Ort auf die Idee. Oh. Komm Sumo. Schlage Fettys 10.010 Pfund Sumo-Highscore. Boah, dann können wir uns hier breit machen. Hier, guck mal hier. Von diesem El-Ganun. Ende von diesem... Von diesem, ähm... Nach, der hier gewählt hat. Das sieht doch aus wie so eine Nazi-Flagge hier. Das muss bloß anstatt grün-rot sein. Und das schwarze Ding, naja, wisst schon. Das ist eindeutig eine Anspielung. Aber nein, wie wir ja immer wissen bei so einem Spielen. So eine Ähnlichkeit sind reiner Zufall. Hey, ich habe einen Radiotransistor hier gefunden. Geil. Ist okay, ähm, hier ist komische Musik. Aber dann, äh, legen wir mal los. Spielen. Das Spiel ist sehr einfach. Muss man bloß ein bisschen geschickt. Rangehen, aber das dürfte kein Problem sein. So. Oh mein Gott. Konsumo. Drei dann doch. Ähm, sorge dafür, dass dein Sumo-Ringer möglichst fett wird. Indem er gutes Essen vertilgt. Ein schlechtes Essen und schlechtes Essen meidet. Gesundes Essen verbessert die Gesundheit. Verdorbenes Essen senkt sie. Kugelfisch unbedingt vermeiden. Und Sumo schubst sich rum. Okay, was bin ich eigentlich jetzt für ein... Achso, ich bin das Ding hier, okay. Äh, das ist ein Kugelfisch. Ah, ein Apfel. Fisch. Ah, Kugelfisch. Ah, verdorbene Suppe. Äh, verdorbene Suppe. Hier ist gute Suppe. Oh, lecker, lecker, lecker. Ist halt einfach, dass man hier einfach rumrennen kann, wie man will. So. Ne, voll. Quälen. So, schlechter Apfelgriebsch brauchen wir nicht. Wie viel... Okay, wir haben gerade mal... Oh, das sieht man da oben ganz klein, ey. 109 Pfund. Das ist ja richtig klein, ja. Da kenne ja ich nicht mal. Nur kaum. Ganz bisschen nur. So, aber ist egal. Nicht darauf konzentrieren. Wir konzentrieren uns jetzt hier aufs Essen. Da müssen wir ganz schön viel essen. Nom, nom, nom. Nom. Dum, 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 dum. Oder das einfache, lustige Spiel. Oh, da ist viel Äpfel. Nom, nom. Wird's jetzt schon härter, oder was? Was war denn gerade für'n Schrei? Nom, nom, nom. Dum, did, 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 did. Die Musik. So. Wir haben so wenig Pfund. Wie lange soll denn das dauern? Wie viel 1010 mussten wir nur machen, ne? Nicht 10.100. Boah, nee. Dum, did, 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 did. Ja, Leute, okay, äh, hä. Etwas Geduld, etwas Geduld. Zup, zup. Äh, oh, was war das denn gerade? Ganz komisch, die Grafik weggeglitscht. Äh, das war jetzt, das heißt, das lag jetzt nicht an mir, das lag an der, an der, an der Wii. Oh, Schuldzuweisung. So. Wah, Kugelfisch unbedingt vermeiden. Wir wissen ja, alle Kugelfische sind höchst giftig, aber irgendwie gibt's trotzdem Leute in Japan, die daraus Delikatessen machen. Ja, die, die wollen nicht nur risikohaft leben, die wollen auch risikohaft essen und so was. Und alle, miau. So, okay, okay, okay. Nein, schlechte Suppe. Äh, so. Ja, die gucken mir ganz halt zu. Ja, ich bin voll beeindruckt, man. Ja, ja, ja. Oh, ein Riesenapfel. Das war geil. Oh, eine Riesenschüssel. Ach, stimmt, die haben ja auch noch unterschiedliche Größen. Okay, gut zu wissen. Dum, did, did, oh, eine ganz kleine, oh, eine ganz kleine, oh, ein großer Fisch. Komm, kleiner Fisch. Und noch ein ganz kleiner Fisch. Suppe oder Reis oder was. So, nein, oh, nein, 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 das war jetzt nicht so gut, aber ist nicht so schlimm. Einmal kann man sowas schon ruhig essen. Oh, der dauert lange. Der große Apfel, der kleine Apfel. Ja, noch ein großer Apfel. Yeah. Dum, dum, kleiner Apfel. Klein, groß. Großer Apfel. So, Fischi. Kleines Reisschälchen. Mittlerer Fisch. Yeah, yeah. Okay, ja, da oben füllt sich immer so eine rote Balkenleisten. Ich glaube, deswegen... Oh, nein. Deswegen wurde es immer schwerer. Umso... Ja, umso mehr rote Leisten sich füllen. Wenn man nicht mal die Hälfte, Leute. Hm, 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 hm. Oh, umso jetzt kommen auch immer mehr größere Portionen. Oh, okay, so ein Summringer schubst uns wirklich nur rum. Und natürlich ist die Gefahr groß, dass er uns in so einen Kugelfisch reinschubst. Und deswegen äußerst vermeiden. So. Die Musik ist so lustig. Wah, okay, nom. Nom, nom, nom. Ihr seht schon, ein sehr einfaches Spiel. Bloß ein bisschen Geduld und so. Nicht ablenken lassen durch irgendwelche Quatsche zum Beispiel. So, wir haben noch nicht mal die Hälfte, ey. Okay, der ist jetzt ein bisschen zu nah am Goldfisch. Oh, das ist ein riesen Apfel. Yeah. Noch ein großer Apfel durch den Fisch verpasst. So, vier Fische hintereinander. Fünf sogar. Gibt's Kombo-Bonus? Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Okay, wir haben noch nicht mal die Hälfte, immer noch nicht. Es dauert und dauert. Nom, nom, nom. Wir haben 471, nur mal so. Ich erkenne es, glaube ich, ein bisschen minimal besser als ihr auf YouTube. Ähm, dum, 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 dum. Apfel. Oh, Riesenfisch. So, so. Aber ich glaube, ich habe drei Sumos da oben links. Das sind, glaube ich, noch drei Sumoköpfe. Also, ich könnte, glaube ich, einmal so einen Kugelfisch aus Versehen brühern. Oh, ey, das dauert. Ihr bleibt einfach mal hier stehen. Hier kommt ein großer Fisch. Nom. Okay, und nom. Dam, dam, dam. So, wir haben jetzt die Hälfte. 507. Wir brauchen nochmal so viel. Dann könnt ihr euch auch schon ein bisschen drauf einstellen, wie lange das noch dauert. Hier kommen jetzt wieder. Nächster roter Balken ist gleich voll. Dann will ich einfach mal hier mehr größere Sachen haben. Hier kommt ja bloß noch Müll. Was ist denn bitte? Oh, ein großer Fisch natürlich, voll ausgewiesen. Nom, nom. Dum, 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 dum. Gutes Essen. Ein Apfel. Ein Apfelgriebsch ist natürlich kein gutes Essen, obwohl es alles wiederverwertbar ist. So. Hm. Okay. Nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Fast in den ollen Hummer da rein hier laufen. Äh, in den Kugelfisch. Dum, 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 dum. Wann können hier mal die ganzen großen Dinger kommen? Äh. Höh. Höh. Zwei Leute, ich glaube, ihr könnt umschalten und später nochmal vorbeischauen, bis ich das nicht geschafft habe. Macht ihr ja bestimmt auch öfter, oder? Ihr lasst doch bestimmt manchmal ein Let's Play laufen und macht dabei irgendeinen anderen Tab auf und so weiter bei eurem Browser, ne? Ja, das ist genau das. Könnt ihr jetzt hier eigentlich mal machen. Ihr müsstet irgendwie gucken und so. Wenn ihr irgendwas passieren sollte, was nicht geplant war, dann hört ihr es ja an meinem Entsetzten schreien oder so. Tup, tup, tup. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm Darf ich auch nicht so viel schlechtes essen. Dumm, didum, bam. So, das schaffen wir aber noch. Das schaffen wir noch. Hu, hu. Hm, 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 hm. Große Fisch und Apfel. Ja. So. Haben schon 806 Leute. 806. Vielleicht haben wir die 1010. So, wenn ich den Rekord geschafft habe. Denn, ähm, lasse ich mich aber absichtlich sterben. Ich brauche hier nicht unbedingt einen Rekordbrecher. Ich meine, der Automat steht dann. Wow. Alter, feuerin geschubst. Und natürlich kann man genau giftiges Essen gerade. Vor allem giftig. Also, schlechtes, vergammeltes Essen. Naja, wenn man zu lange schlecht werden lässt, dann... Oh, nein. Oh Gott. 843. Hm, 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 hm. Die Sumos kickten mich hier durch die Gegend. Boah, Alter. Alter, da ist ein Riesenapfel gerade vorbei. Komm mal, den konnte ich leider nicht einsammeln. Oh, noch einer. Ja, geil. Oh, oh, sau viele große Äpfel. So, Leute, wir haben gleich die 900. Hm, 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 hm. Ich bin übrigens der Summringer mit der blauen Schlüpper, ne? Ist, äh, ja, ich hoffe, habt ihr alle gemerkt. Alles andere wäre nämlich ein bisschen komisch. So, kann irgendwann wieder gutes Essen kommen? Aber ein bisschen besser? In my way? In my way? So. Okay. Komm. Das ist jetzt die letzten Meter hier. Die letzten 60 Punkte brauche ich nur noch. Da muss ich jetzt mal ein bisschen vorsichtiger sein und echt hier darauf achten, wo ich hingehe und was ich hier einfahre in meinen Mund. So, 900, 985. Ja, 89. Komm schon. Komm schon. Oh, es kommt jetzt mal. Gar nichts mehr. So, zack. 995. Gleich haben wir es. Der große Äpfel vielleicht noch. Ja, 1002. Und wir haben es geschafft. 1014. Wir haben den Rekord gebrochen. Soll ich einfach noch weitermachen? Das Spiel ist langweilig. Wow. Das Spiel ist so langweilig. Dumm, 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 dumm. Und so was zockt ihr also den ganzen Tag, ihr Nerds? Ja klar, ist doch voll cool. Ja, aber. Ich meine, ihr war fette Sumos und euer Rekordhalter heißt Fetti. Also so ein bisschen selber auf die Schupper nehmen tut ihr euch schon, oder? Das ist gut. Selbst Ironie ist immer cool. Macht einen doch sympathisch. So, ich will doch eben mal den roten Balken vollkriegen. Da ist aber Schluss. Ah. So. So. Komm schon, roter Balken. Roter Balken. Komm, du bist doch gleich voll, Mann. Ja, gleich haben wir ihn. Aua, aua, aua. Mann, die Schollen Sumos hier. Kicken mich durch die Gegend, aber ich die Geist richtig berühre. Das heißt, ihr schafft jetzt hier, komm. Kugelfisch, komm her. Komm sofort tot. Und nochmal Kugelfisch, bitte. Kugelfisch. Voll abgehauen. Mist. Oh, oh. Na, und. Und jetzt hat er gleich verloren. So. Oh yeah. Game over. Aber wir haben den Rekord gebrochen. Ha. Jim. Oh, fett, fett. Ja, wir haben Jim gewonnen und Mel und El Ganun haben auch mitgemacht. Aber wir sind nun mal die besseren Nerds. Die besseren Gamer. Ich habe immer gesagt, ich gebe meinen Bottle-Raketen-Lauter zu, wer die hohen High-Skore betrifft. Hier, mach es. Ja, geil, Leute. Der Flaschen-Raketen-Werfer. Und das Clubhouse-Frei-gezockt. Neues Speicherbuch freigespielt. Ja, Leute, ist das geil. Der Flaschen-Raketen-Werfer, der ist übrigens cool. Der kann uns auch nicht mehr weggenommen werden. Hey, und Biertwitz ist die ganze Zeit hier. Hallo. Na, man. Ich sehe zwar aus wie ein Idiot, aber ich finde es total nett. Hier, Mann. Schöne Blumen für dich, Biertwitz. Siehst übrigens sehr modisch aus in deinem Grün. Und jetzt küss mich, Mann. Oder knall dich ab mit dem Raketen-Werfer. Nein, küssen. Küss mich, Mann. Schnell. Wie groß sie ist. Und was für ausladende Hüften sie hat. Danke, dass du mein Partner für dieses Projekt bist. Ja. Na, alles klar, Mann. Du bist doch... Wer bist du denn? Du bist Melvin, oder? Ist egal. So, die kommt jetzt jetzt hinterher. Wie riesig die Frauen hier alle sind, ey. Das ist so heftig. So, guck mich das an, Alter. Der Raketen-Werfer, der ist so geil. So, bei den Flaschen. Ich glaube, der füllt sich automatisch wieder nach. Weil ich weiß jetzt nicht, wo die Flaschen herkriegen soll. Aua, ey. Nicht mich schlagen. Boah. Alter, hier ist das Bett, oder was? Ist ja geil. Alter, Clubhouse ist richtig cool. Wird mal das Kottchen an der Wand? Hey, da ist eine Karte. Was sagt denn die Karte? Äh, irgendwelche Markierungen? Ist das gut für uns? Kann man das vielleicht hier brauchen? Equality. Vote for Ernest. Ach, hier stimmt ja, der war das. Hm. Was haben wir hier? Ah, eine Karte. Gut, Leute, dann haben wir das Clubhouse erstmal soweit. Hallo, Beatrice. Beatrice. Könntest du das bitte durchlassen? Beatrice? Äh, Beatrice. Beatrice. Lass uns mal bitte durch. Lass uns mal bitte durch. Lass uns bitte durch. Äh, oh, kann nochmal küssen. Vielleicht, Glitchick mich dann durch. Die ganze Zeit hier im Clubhouse abknutschen. Die ganze Zeit. Äh, so. Danke, Mann. Jetzt will ich hier raus. Ich will hier raus. Äh, und Gummiband auch neu gefunden. Okay. Ah, gut, okay, alles klar. Raus hier. Ups. Schülle kaputt gemacht. Macht nix. Ah, ist das geil hier. Äh, so ein, so ein cooles Tier, so ein, so ein, so ein, so ein, na, wie nennt man so was hier, so ein, so ein, so ein, na, so ein Brettspiel. Ne, halt, ähm, Tabletisch. Ne, wie heißen bitte. Äh, ich weiß nicht, wie das heißt. Man, wo man sich selber eine Welt baut und seine Figuren selber bemalt und so. Haben wir da alles gezockt. So, wir nehmen das mal wieder raus. Geil, Leute. Und Musik wollte ich machen, ne? Scheiße, hab ich Musik verpasst. Oh, Musik. Ich wollte auch Musik machen. Für meine Freundin. Ja, Comic-Klepto. Oh, äh, enge, ich hab irgendwas freigestellt. Enge Laufhosen. Okay, was soll das jetzt? Ähm, wo sind denn Schneebälle? Dann mach ich jetzt mal Schneeballschlacht. Äh, so viele, so viele neue Quests jetzt offen. Äh, was ist denn Comic-Klepto? Ich glaube, das wäre optional, oder? Ich weiß es nicht. Ah, hier steht unser geiler Roller, den wir geklaut. Ich glaube, der gehört jetzt nicht uns, auch wenn wir ihn irgendwie ins Dings bringen würden. Oh, du brauchst schon wieder Medizin, oder was? Äh, gib dem Landstrecher etwas Geld. Okay, Mann, ich hab so viel Geld. Warum nicht? Hier, Mann. So, was kriegen jetzt dafür? Geld, oder was? Nee, so, bitteschön. Danke für die Hilfe, Kind. Jawoll. Und ich hab einen schwarzen Cowboy-Hut freigestellt. Äh, Mister, Sie stehen dem Fahrrad-Fahrrad-Weg und, äh... Was bist du denn für einer? Finde den Hund und bring ihn zurück. Könntest du meinen Hund suchen? Nein, dafür in der Zeit, muss ich mal kurz gucken. Tut mir leid, Mann, wir haben keine Zeit mehr. Fahren Sie doch mal den Polizisten. Hm? Hm? Ist das geil, die Flaschenrakete. Tschüss, Mann! Oh, Officer! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, quits! Na klar! Ey, was nehmen die mir jetzt weg? Aber die können wir nicht den Raketenwerfer wegnehmen. Die haben, glaube ich, jetzt bloß halt... Bist du von der Polizei verhaftet, landest du auf dem Polizeirevier. Okay, warte, jetzt muss ich mal drauf achten. Steht da irgendwas? Was soll ich das bringen, wenn man von der Polizei verhaftet wird? Nichts. Die haben jetzt natürlich alles weggenommen. Warte, die Dings ist weg? Die Pistole ist weg? Warum? Okay, warte, aber die müsste... Wo ist die Flaschenpistole? Die Pistole, Mann! Wo ist die? Leute, die hole ich mir im nächsten Part wieder. Ey, wo haben die uns denn jetzt abgesetzt? Ich gehe erstmal... Ähm... Ja, ich muss den Part erstmal beenden. Dann gehe ich erstmal wieder zum Clubhaus. Und ich glaube, da liegt die dann einfach immer. Die müsste da einfach liegen. Oh, dumm, 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 dumm. Heule, was willst du denn? Finde LGs Jacke. Äh... Okay, machen wir mal. Aber das machen wir im nächsten Part, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, Mann!